Wir fahren hier durch die Streusiedlung, haben hier mehrere Schleusen unterschiedlicher Bauart, also eine sehr interessante Tour und wie der Name sagt, Streusiedlung. Hier ist hin und wieder mal ein Haus und sehr, sehr viel Natur. Sehr abwechslungsreich, sehr ruhig, sodass man hier einen rosa am Tag und doch dennoch sportlich verbringen kann. Fast alle Touren gehen in Richtung der Kernzone 1. Wir starten in der Zone 2. Das heißt natürlich, besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Naturschutz und dem Tierschutz. Lassen Sie keinen Müll liegen. Wir haben überall geeignete Stellen, wo man also den Müll, den man verursacht, auch entsorgen kann. Nutzen Sie die Möglichkeit der Toiletten an den Gaststätten oder auch hier am Hafen. Und dann werden Sie die schönsten Strecken auch super genießen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!